Derzunner Mikrofon mit dem Gratis-Spray-Motiv Boing und das könnt ihr aktuell in Twitch bekommen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das Ganze macht. Es funktioniert eigentlich wie die FNCS-Belohnungen. Ihr müsst also euer Twitch-Kunde mit eurem Epic-Kunde verbunden haben. Und dann geht ihr einmal hier oben drauf auf euer Postfach sozusagen. Am Handy mache ich das Ganze jetzt. Und dann kommt ihr nämlich hier rein, wo ihr seht, was ihr schon alles bekommen habt. Und dann klicke ich hier beispielsweise auf mein altes All-Star-Bundle, was ich mal bekommen habe. Sehe dann hier mein Inventar und hier ist auch nochmal das neue CS Season 8-Bundle bei. Dann klicke ich auf alle Kampagnen und komme dann nämlich zu der Spray-Kampagne. Hier werdet ihr dann einfach Fortnite aus. Ich habe jetzt hier diese Kampagne mit dem Bild von Fortnite. Die beginnt heute am 2. November, endet am 9. November. Also nächste Woche Dienstag um 4 Uhr nachts so lange habt ihr Zeit, das Ganze zu machen. Klickt da eben drauf. Dann seht ihr hier, ich muss 20 Minuten einen teilnehmenden Live-Kanal schauen. Dann klicke ich hier einfach zu einem teilnehmenden Live-Kanal wechseln. Also irgendeiner, der online ist und gerade Drops aktiviert hat mit dem Spray. Da gibt es aktuell gerade nur einen bei mir. Dem schaue ich jetzt hier einfach mal 20 Minuten zu. Hier steht es ja, erhaltet das Spray, wenn du zuschaust. Währenddessen könnt ihr auch ab und zu mal im Inventar gucken, wie viel Prozent von den 20 Minuten habt ihr schon geschaut. Und bei 100 Prozent oder wenn die 20 Minuten abgelaufen sind, seht ihr hier schon bei Benachrichtigungen, du kannst hier jetzt dein Spray abholen. Klickt mal eben da drauf und dann hier noch auf den Jetzt-Abholen-Button. Und dann habt ihr das Ganze abgeholt und ihr könnt es dann in-game gut achten und auch benutzen. Falls euch das Video gefallen und geholfen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr noch auf meinem Channel seid, vergesst nicht ein Abo da zu lassen, damit wir uns zukünftig auch wiedersehen. Haut rein!